Hallo Leute, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Heute möchte ich über ein wichtiges Thema für unsere Gesundheit sprechen, die Blutzuckerspiegel. Den Blutzucker im Gleichgewicht zu halten, ist entscheidend, denn wenn er hoch ist, kann das im Laufe der Zeit ernsthafte Risiken für unsere Gesundheit mit sich bringen. Aber keine Sorge, denn es gibt eine natürliche Lösung, die bei dieser Kontrolle sehr helfen kann. Insulinorm. Dieses unglaubliche Supplement besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und hat eine ganz besondere Funktion. Es hilft, die Blutzuckerspiegel zu normalisieren. Mit Insulinorm könnt ihr nicht nur den Zucker regulieren, sondern auch besser euer Gewicht kontrollieren und das Risiko von Komplikationen wie zum Beispiel Sehverlust und das Auftreten von Geschwüren verringern. Unglaublich, oder? Lasst mich euch mehr über die Zusammensetzung von Insulinorm erzählen. Es besteht aus kraftvollen und natürlichen Inhaltsstoffen. Shiitake Pilzextrakt, der das Immunsystem stärkt. Grün-Tee-Extrakt, bekannt für seine antioxidativen Eigenschaften. Berberin, das den Zucker reguliert und den Stoffwechsel unterstützt. Sowie die Vitamine C, B6, B9 und B12, die Energie und Wohlbefinden fördern. Außerdem enthält es Spurenelemente wie Zink und Chrom, die wichtig sind, um das Gleichgewicht im Körper zu halten. Und all das hilft, eure Energie hochzuhalten, die geistige Klarheit zu verbessern und die Lebensfreude zurückzubringen. Jetzt seid aufmerksam. Insulinorm ist in mehreren Ländern erhältlich. Einschließlich Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich und Polen. Das war es, was ich mit euch teilen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und denkt daran, Gesundheitspflege ist grundlegend. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!